Hallo. Hallo. Na, was ist eure Lieblingsschokolade? Schreibt's in die Kommentare. Oh, da hab ich was cooles. Und jeder, der Zartbitter reinschreibt, sollt bitte jetzt deabonnieren. Oha. Für solche Leute machen wir keine Videos. Das ist ein Zartbitter. Sky ist im Schacht. Ist zurückgegangen. Nevermind. Scheiß auf sie, los. Jalla, jalla. Ja, jag mal. Ich will anspit. Balsch da und Kalampe. Los. Einer hab ich. Einer ist noch onspit. Okay. Mitte kommt eine. Und wir haben... Mitte ist die letzte. Bleib doch durch und sehen. Die Wand, ey. Den Wegel checkst du nicht, wenn du so auf B stürmst. Oh, ich will nicht den Spike mehr... Ich möchte mal jetzt... Oh. Hat sie mir den jetzt geklaut, während ich zu dir geschmeißen wollte? Ja. Ja. Ich will jetzt mal... mehr pushen. Wenn ich die Duellistenklasse bin. Pushen. Das ist dein Job, joa? Ja. Einfach mal rein, so. Vergiss nicht diesen Winkel hier links. Was? Hier haben wir die Eisbahn. Ich hab den Schuss geblockt. Ich hab den Schuss geblockt. Ja, auch immer ein Arsch. Ja, doch. Wie du den nicht gescheckt hast. Ich hab nach rechts geguckt. Was guckst du nach rechts? Das ist alles gespockt. Oh. Weil ich da mit Hefnis, weil ich dachte, da kommt wer. Alter, ganz stumpf, man. Ich hab jetzt nach oben geguckt und ich... Ja, ich auch. Achso, aber rechts hoch. Ja, links waren die doch fein. Wir waren doch schon wieder. Woher soll ich denn wissen, dass die das auch mal sehen? Die haben nur ein YouTube-Video angeschaut. Das ist doch klar. Wieso ist das klar? Ich bin nicht immer am selben Spot. Weil das mega gut ist, weil du nicht so hoch ziehen kannst. Ja, und deswegen machst du's gleich jedes Mal, damit man da immer hinguckt, oder was? Sie haben einen Kill dadurch bekommen. Und? Weil ich damit nicht gerechnet hab! Ich hab nach oben geguckt. Und dann war die einfach schon unten. Oh, ich hab kein Swords gekauft. Ich kann nur Hefen machen. Ja, auch. Let's go. Oh, what? Headshot Mania! Okay, Grail auch. Die macht jetzt ein L. Wenn die 5 L's macht, dann kaufe ich ihr was im, äh, im Shop. Letzter Leben der Verbündeter. No. Ich will einfach 5 L's jetzt machen. No. Die haben mit A gerechnet. Machen wir einfach wieder Mitte. Okay. Diesmal da hinten hingucken, dann. Fick dich. Vielleicht gehen wir auch A. Ja. Ja. Obten wir sie mit, also. Weichen keinen Millimeter. Keinen Millimeter. Ja. Wollt ihr peeken oder soll ich direkt Smog? Blockiere die Sicht! Ich Smog selber. Boah. Naja, fast. Ja. Also, auf der Minimap sah das gut aus. Ja. Aber richtig. Von hinten ist weg. Ein Gegner übrig. Die spielen bestimmt zusammen, die Sage und die Rainer. Ich hab mich schon geholfen. Ich hab mich schon geholfen. Ich hab mich schon geholfen. So. Das ist die andere. Spawn-Hälfte. Don't buy. Ich bin schon tot. Don't buy again. Kann ich nicht, weil ich nicht gerest werde. Ich sag's nicht gern, aber ich bin besser als Team, oder? Ich smoke. Ach, Mann. Ich bin froh, dass ich nochmal nachgesmogt hab. So, ich mach's straight auf die. Ähm, okay. Ich smoke Heaven und ihr guckt artig auch nach links. Aus allen Rohren. Ja, du bist raus. Die Jad beginnt. Keiner. Okay. Sky is Heaven. What the fuck? Die ist unten schon. Die war die ganze Zeit unten auf dem Spot. Beide schon wieder. Die schießt leider schneller. Einer Dachsparren, einer Spot. Ich nehme in die Sicht. Letzter lebender Verbündeter. Jetzt. Den Himmel leuchten. Ich geh nochmal nochmal durch. Boah, gibt's so viele Augen. Wo, wo, wo? Wo? Der hätte ich jetzt gerne am Mully gehabt. Dann sind doch bei der Suchung nicht zu fangen. Hier. 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 Der ist weg. Hier. 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 Du bist noch nicht fertig, Florian, ich bin euch auf die 60 gemacht, auf der Entfernung. Machen wir noch A oder nicht? Das müssen aber schnell sein. Scheiße, man, push doch ne Sekunde später. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Natürlich. Lord, den Molly gerest. Letzter lebender Verbündeter. Jetzt war Spawn. Voller mich rein. Schön. Das ist geil. Sollen sie versuchen mich zu überwältigen? Äh, das was da steht. Jo. Ja. Ich smoke einfach. Keine Gefangenen. Spar dir deine Smoke. Okay. Sieh doch mal die Spendierhosen an. Rauch ist raus. Seid zu jagen. Scheiße, beide gedashht. Oh, die steht auch noch. Ja, ich krieg nichts mehr hin. Sky und Dings sind dort. Hm. Jol. Hat die nur ne Schoddy oder was? Close-Rechts ist die mit ner Schoddy. Der ist weg. Oh, ist abgehauen. Die ist, glaub ich, unten. Weg. Spikes in B. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner ist weg. Ohohohohoho. Geld noch? Ja. Geld, 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 Geld. Schaffts nicht. Doch. Sind das für Runden? Da kriegt mein Herzinfarkt. Hast du recht, Odin Zeit. Ich geh mittel. Pass auf, die Puschen hier immer. Lass uns nicht aufhalten. Äh, Rainer minus 15. Widersacher beseitigt. Widersacher beseitigt. Da. Neu. 100. Einer kommt über... Ist tot. Einer von hinten. Mitte. 70. Die gehen beide Richtungen, Mitte. Ja, beide Mitte. Beide Mitte. Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Letzter lebender Verbündeter. Wait, wait, wait. Lass den Himmel leuchten! Moly! Nice. Wait, the Moly should be on it, I think. I hope so. Nice. Perfect, perfect, dude. Der ist ja gut. Ja, den Winkel kann ich. Oha. Hätt sie mich nicht umgepusht, dann... wär das auch cooler gewesen, irgendwie. Ich dachte, der Moly knallt gegen sie und dann... Ich hab auch gedacht, der passt nicht. Ich hab keine... Danke. Wie kann man alle so vertrauen in den Chris? Jaaa... Nach der gewissen, äh, Breach-Runde... Äh... Breeze. Hab ich mir das auch verdient, dieses Misstrauen. Echt? Also ich zeig' seit Anfang an. Brauche Ausrüstung. Danke. Danke. Lade nach. Findet ihr einen Schwachpunkt und nutzt ihn. Ich bin euch auf der Spur. Lade nach. Sekunde über die Witze. Wait, what? Ihr habt den einfach vorbei gehen lassen? Ich war grad im Slow-Menü. Verschieben? Ja, die sind alle auf B. 80. Okay. Rauch ist raus. Let's go. Falco, flieg! Einmal happen. Follow me. Ja. Rauch ist raus! Okay, right? There is nobody there anymore. Oh, there is. There is a way. Spike platziert. Need me at bay maybe? Einer kommt überspawn. Irgendwie anders. Eliminiert. Einer have'n? Nein, Mann! Er ist jetzt schon unten. Step doch ne Sekunde langsamer. Jetzt... Wenn er in der Smoke ist. Gis, du musst schießen. Da rein. Letzter lebender Verbündeter. Schade. Ein Gegner übrig. Ja, kommt davon wenn du Spray hast. Zeig zum wieder auffüllen. Schwarz. Geplange ich nicht auf. Ich möcht gerne wieder was töten. Mach doch! Hahahaha! Ich treff einfach nicht. Das wird ein ganzes Spaß. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ich hab' den Spike. Oh, schein' frei zu sein. Das sind die B-Boys. Oh, schein' frei zu sein. Das sind die B-Boys. Okay. Oh! Beide hemmen. Beide hemmen. Beide hemmen. Beide hemmen. Beide hemmen. Beide hemmen. Oh nein. Das Aim ist da, wenn man's baut. Vier Kills? Oh! Ja, einfach von eins auf fünf hoch. Geht's los? Geht's los? Jetzt sieht's nicht mehr so scheiße aus auf dem Scoreboard. Geht's los, Schätzchen. Brauche Ausrüstung. Ja, die Sky hätte ich aber auch früher haben sollen. Dann wär's ja nicht gestorben. Dafür kriegst du das hier. Danke. Danke. Ja, war halt bitter. Was passiert? So, ich smoke und wir rennen dann einfach auf B-Hacken. Seh zu und lernt. Ich bin auf dem Weg. B-Ton, was auch machen. Ich sprain da gerne durch. Ich guck mal, ob ich die Rainer jetzt selber schnau. Rauch ist raus! Falco, flieg! Wolle wei. Oh, jetzt sind es slow! Wolle wei. Wolle wei. Wolle wei. Oh, jetzt sind es slow! So, meine, sorry. Wolle wei. Kommt ihr mal mit? Rainer ist, äh, Heaven. Wir können auch A gehen. Ja auch, im Anmarsch. Ja, fangen wir sie. Wolle wei. Ja, fangen wir sie. Ja. Wir pushen einfach mal hier rein. Ja. Ja, aber ich bin jetzt ganz alleine hier, ne? Ja, wir scheinen alle schon rotiert zu sein. Ja, ja, das ist gut. Ist gut. Wait, 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 dude. Scheiße. Ein Gegner übrig. Oh. Letzte ist aber B. Ja? Ja. Ja. Wo ist denn die Sky gewesen? Ich bin hier hinterhergedasht. Letzte Runde in dieser Hälfte. Und die war einfach nicht mehr in dem, in dem, in dem, in dem. Moment. Lüftung. Lüftung. Warum... Warum sind die jetzt so toxic? Die meinen ihre eigene. Ja, aber warum sind die jetzt so toxic? Von der schlechteste... Arbeit. Oh, irgendwer wollte was haben. Ah, egal. Mal. So, jetzt schwimm B wieder. Ich mach wieder Ult und Grenade. Ihr kriegt dann hier euer Boost-Pack. Ich bin euch auf der Food. Steht wegbereit. Kinker bei B gesichtet. Da war Klaus. Aus dem Weg! Die ist hier auch noch. Halt stehen! Gott, die haben mich doch gehittet. Ich hab kein Schaden. Sie? Blockiere die Sicht! Hör auf! Anarsch! Die Jagd beginnt! Ey, die haben das, äh... Ich hab das noch einen, oder? Scheiße. Diesmal nicht. Du hast ne Ult? Ja. Du hast ne Ult? Ja. Tschau, tschau. Aber die war aber da wohl... Letzterlebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Lass mal hin, Freddy. Ich wollt nach rechts. Bisschen zu langsam. Huch! Seitenwechsel! Auch bei zahlmäßiger Überlegenheit ist alles möglich. Vergess das nicht. Geil, ich muss mal nicht miter machen. Ich muss doch. Ich helfe mir Die Wand ist scheiße, gehst! Ab, du bist ja Mitte! Ich will ja nicht sagen, die ist crap, aber holy shit! Gegner in der Mitte! Gegner in der Mitte! W-wait, what? Ich camp die extra ab und dann plötzlich... Ich höre Kanalisation! Ja! Ne, die ist richtig gut! Die war offen! War noch einer dort! Konnten nicht durchpushen! Die sind durchgepusht! Die sind drübergepusht! Ja! Plan B! Spike platziert! Mitte liegen noch Classics! Hier liegen auch Classics! Die Reynard wieder voll! Kommt ihr zu ihm gegen! Letzter lebender Verbündete! Und das ist so gemein! Ich mein, kannst du das nicht noch heilen? I believe in our sky! Nevermind! Ich halte euch den Rücken frei! Na ja! Nur von vorne eben! Machst du jetzt noch ne Wandgift? Pfff! Äh, dann kann ich aber nicht so keine machen! Ne, musst du nicht! Ich möcht's so wissen! Unsere Skyforst! Dann hol ich nämlich ne Shorty! Soll ich eine machen? Komm ich mach eine! Ne, jetzt ist die Sky da! Ich glaub ich snipen! Okay! Forst auch, ne? Wir können jetzt doch nicht richtig kaufen! Also... Let's force together! Der geht halt alle in der Mitte! Was ist denn? Hier! Hier! Ja! Ich zieh nicht! Nein! Nur die Kisten! Sind schon drauf! Rauch ist raus! Molly! Oh, sie haben abgeru- Oh! War das geplant? Ende und aus! Einer in der Ecke noch, glaub ich! Ja! Fester lebender Verbündeter! Fuck! Als ob! What? Das war so ein Headshot! Ich fehle die Sicht! Ja! Wow! Also es war geplant, dass er so landet, dass man dahinter abfackelt! Dass er so geil landet, natürlich nicht! Er ist halt instant kaputt gegangen, dadurch dass er auf dem Container war! Jetzt forst sie schon wieder! Mhm! Ich spare noch! Pfff! Wie viel kann man denn mit 1-3 am Ende? Ich guck mal! Ich spare noch! Würde reichen, also! Ich kann auch mit ner... ich kann auch sowas spüren! War ja auch so halt! Rauch im Anmarsch! Die sind hier! Leute, die haben die geschossen, die scheiß Waffe! Wer hat dich denn ausgebildet? Was war das denn für ein Bug? Träge ich hier Hilfe oder sterbe ich? Ja, hier! Hier, hier, hier! Wo bist denn du? Bei A! Ja! Ja! Du bist in die Mitte! Machen wir einfach nichts! Was haben wir 3 Leute gemacht mit der Scheiße? Was ist keiner mehr? Ich hab's nicht mehr... Oh! Oh! Der Mann mit! What the fuck? D-d-dumple kill! Schnell! Schnee von gestern! Was vorbei ist, ist vorbei! So, 4 noch, Chris! Macht der jetzt hier oder was? Dann geh ich! Jetzt geht der runter! Nee, geht der nicht! Zwei mindestens VB Die pushen schnell drauf Die planten jetzt gleich schon Rauch im Anmarsch Warum bist du auch hier? Scheißdreck Ecke Das ist der Operator, kannst du pushen Keine Ladungen übrig Warum pushen sie sich einfach so ein Operator? Bist du Chris, einfach druch da Wenn du langsam um die Ecke kommst, dann gibst du ihr doch noch die Möglichkeit Ich weiß, aber ich hoffe, die Garage war doch bestimmt auch jemand Trinkt was, ladet die Magazine und dann geht's gleich weiter Ja, aber so hast du ihr ja einfach den perfekten Moment gegeben, dass sie dich machen kann Ja Entweder ganz oder gar nicht Wird Zeit, mein Rudel zu rufen Gegner in der Mitte Befriedigend Aha Gegner bei B gesichtet B, Leute, okay Ach man, random durch ihr Smoke Sind noch nicht spawned durch, oder? Ja, sind nicht Sind noch nicht mal auf dem Spot, also Da liegt nur Oden auf B, wenn jemand haben will War das Fake, oder gehen die wirklich B? Die Mitte sind jetzt welche, mindestens zwei So lange haben die gewartet, ey Einer Ecke Wir sterben alle, danke Lasst den Himmel leuchten Ein Gegner ist Ohohoho Was von allen? How the fuck do you get yours, bro? Leidt du noch ein Operator oder so? Muss eigentlich, da liegt auch eine Oden noch Und ein Operator Boah, ist die hässlich Ich hab's gewusst Meine Knie kann ich da nachher schmeißen Zieh doch mal die Spendierhosen an Okay, bei mir Danke, Alter Schade, dass das kein Ace war Also heute läuft bei dir Mh, naja Zweite Runde läuft Boah, ja, Ace und hier Dreikül mit der Ult läuft Ja, aber dafür, wo die Runde davor steht Und dass hier alle in der Ult stehen Das ist ja Mehr Glück als alles andere Hier Mindestens zwei Aus dem Weg Jetzt läuft's aber Sie hatte nicht den Spike Mhm, da ist noch jemand Ich hier nix Wait, what? Warum konnte sie die sehen? Sucht sie Both Garage Beide dort Beide bei euch? Ein Gegner übert Nein Die hat ein Operator nur Pusht sie einfach runter Ja Passt genau auf Vielleicht lernt ihr was Äh, ich mach's nicht Ich kaufe ein Rainer nix mehr Keiner mag mich Danke Ja Findet ihren Schwachpunkt und nutzt ihn Oh oh, das wird der Push hier Die pushen Oh Hier ist noch was, hier ist noch was Spike Spike Aber wir haben einen Spike Spike in A 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 Man, 1988? Als ich zu A kam, du Arschloch. Spass. Boah, wir haben alle 6 Assists. Außer Rayna. Wir haben auch fast alle 13 Tode oder 14 eher. 14 kann man noch erreichen. Und wenn wir uns Reedy anschauen können wir auch alle 25 Kills kriegen. Die kommen durch. Dann geh ich morgen. Wir meinen einen. Äh, keinen meint ich. Die haben schon geplant für die Geiste. Aber das ist mein Auto jetzt optimal. Selben. Letzter Leben der Verbündeter. Willkommen in meiner Welt. Oh ja, geil. Rez und Viper-Ult verschwendet. Alles verfolgt. Oh, da kommt die Meute. Was? Boah. Molly. Ach, Scheiße. Aber sie geht noch durch, das heißt schön noch, äh... Sie geht rein! Nein! Und die nimmt nicht die Operator mit. Ist die doof? Ich mag die gar nicht. Oh. Die gefallen mir. Ja, diese Post-Mortem-Molli-Kids, die sind geil. Kann mir das jemand kaufen? Nein. Nein. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Boah, jetzt geht sie hier hin oder was? Anstatt mach ich Heaven. Ich hör wieder Fehler. Ich bin euch auf der Spur. Ja. Keiner vor. Puschen die wieder B? Wir müssen nicht die, äh, äh... die, äh... die, äh... die, äh... die, äh... die, äh... die, äh... Oh Gott, die sind schon durch. Und wir, Siegbett. Stimpack hier. Dankeschön, Reyna. Sie hat mich so gebetetet. Letzter lebender Verbündeter. Oh mein Gott. Ist es geil bei Mitte oder A? Spike platziert. A. Wait, Tony, right? Maybe O. Das klingt, als wäre die Heaven oder... Connector. Last time I was your luck, I supposed to get them again. Ah, ich hab sie noch gesehen. Scheiße. Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Ich spare noch. Ich spare noch. Ich spare noch. Du hast 6.000. Warum würdest du sie saufen? Hm. Zieh doch mal die Schwendierhosen an. Danke, Alter. Die kaufen voll, ne? Please, just ride. This will be the last round. Machen wir auch einen, oder? Machen wir auch einen. Ich höre nichts hier. Alko, flieg! Wir aber. Wir pushen wieder Heaven. Hab einen. Stimpeg hier. Stimpeg hier. Lass den Himmel leuchten! Whoa. Demi geht nicht facken. Eine war noch Mitte. Die können nicht aufm Punkt... Die haben sich selbst abgewallt. Oh, okay. Also, das macht ihr aber damit sich da... Zwei. Mit... Zwei Mitte. Bei mir Als ob 120 Jet Mitte 131 Das ist offen, oder? Ich meine links Oh, never mind Der Fuß Die Jet hat da auch im Heaven gesteppt Das ist jetzt aber nichts, oder? Und da, äh 30 HP Obwohl sie könnte geheilt worden sein Ist egal, ob der klatscht, der einfach BÄM Oh Mann, kann ich das Dann hättest du trotzdem jetzt verlieren müssen, damit du noch 3 weitere kriegen kannst Das hätt ich gemacht Hahahaha Alter Schwede, 32 Kills Das ist mal was Großes Danke, danke Wie viel Plus? 11, 20 9 Boah Boah 4